Lalalalalalalala Wir sind so schnell Man sieht uns gar nicht mehr, wenn man in so eine Richtung guckt, ne? Weil wir so langsam sind Ich hab Vorfahrt Hm, das Auto bleibt doch stehen, keine Sorge Boah, der fahr wenigstens auf der Straße, Alter Hier ist nochmal ein Tank Ja, brauchen wir nicht Außer natürlich, du deckst mich Fahr weiter Auf früh Ich glaub mit dem Geschieße lockst du gleich mehr Stormy Sand Boah Oh, vielleicht nur nachladen Muss nur einmal kurz volltanken, ne? Können wir schon losgucken So, können los Zeig auf Mein Freund Helfer So Nein Du hast ein Reifen zerschossen Echt? Scheiße Ja Siehst das wie er nach links geht? Ja Jetzt gehts wieder 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 Warum hat man die Tatur, die rubspottert mal wieder? Was noch mal schweigen ab, du? Ja, ich hab schon gedacht, dass ich aufs Motorrad geschossen hab Es ging mal bling! Ja Boah, wie schnell sind die denn bitte? Ey, der kriegt... Man kann... Man kann gar keinen HUD mehr einstellen Nicht? Naja Ich hab geguckt in Game Option, da gibt's nix mehr Ja, ist richtig Wenn man so Zombiespiele spielt, ey, da hat man nicht mal Bock auf ne richtige Apokalypse Aber nur wenn man gut ausgerüstet ist Aber nur wenn man gut ausgerüstet ist Ne? Und gut schießen kann Ja Also ganz Gamer Shack, LP und ganz Gamer Shack, ne? Wir retten die Welt Echt mal witzig Vorhin bin ich noch schneller gefahren, du fette Sau, du Boah, die Fresse, ey Ja, vorhin bin ich übrigens noch so 20 bis 23 km fahren gefahren, jetzt hab ich nur noch 15 Dann drück... Dann drück Q Uh, Shift meinste Ja, bei mir ist das Q Bei mir ist das Shift Ich hab von Anfang an einen Standard-Taster Ne, Standard-Taster ist bei mir Q und E Und E ist, wenn du nur Hubschrauber fliegst, Q ist hochfliegen und E ist runterfliegen Ja Oh, die Familie ist echt hart, ne? Ja Warte, bleib mal kurz stehen Warte So, äh So So Alles klar, weiter geht's Du Munizier hast du überhaupt, ey? So So So, jetzt können wir die Landschaft genießen Oh, ein Schmetterling 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 Guck mal, ich hab ein Schmetterling auf meinen Zähnen Schmetterling Schmetterling Andreas Ja, geradeaus oder nach rechts? Ist mir völlig Wumpe Geradeaus Schmetterling 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 Es gibt einen Schmetterling Habe ich das gerade extra gemacht, um dich zu ärgern. Pass auf, wenn ich auch gleich PvP mache. Ja, viel Spaß. Kommst gar nicht hinter mir her. Meine Kugeln schon. Gehst du mal weiterfahren? Ich brauche Toilette, ey. Jupp, lass mal fahren. Aber es drückt ja vorher gerade auf die Blase, ey. Das tut mir nicht gut. Viel Spaß mit den kmh-Schleudern, ne? Ja. Bis gleich. Jupp. Lalalalalalalala. Ja. 19 kmh. Stimmt, ja. Mit der Maus darf man ja nicht lenken. Irgendwie alles kaputt hier an dem Ding, aber naja. Dem erzähle ich das. 22. Also irgendwie fahr schneller als Tobi. Die Nusche wieder gemacht. Jetzt. Na alter, was mache ich gerade? Irgendwie komme ich gerade durcheinander mit den Tasten. Egal. 23 kmh. Der Wahnsinn. Ich bin nicht froh, wenn wir die Karre irgendwann mal repariert haben. Ich bin nicht froh, wenn wir die Karre irgendwann mal repariert haben. Tankhäuschen. Das auch nicht. Jetzt. Tankhäuschen. Mh. Boah sind wir schnell. 23 oder 21 oder sowas. Ja. La 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 A la JA! Wie so schnell läuft der Schall. Oh, jetzt fahren wir noch einen Einsen. Zwanzig. Mit Turbo zwanzig. Hi, Tobi. Ich guck dich grad an. Hey, Tobi. Würde dich aber nicht angucken. Guck uns grad von vorne an. Ich guck dir genau in die Fresse. Seht doch hübsch aus, ne? Naja. Ey, was soll das jetzt heißen? Hahaha. Er ist auf der falschen Seite. Weißt du das Wort? Nein. Ich fahr rechts. Ja, jetzt. So. Du bist ein bisschen abgewichen. Da warst du schon auf links. Ein bisschen. Lass mich so reden, wie ich würd. Bist du betrunken? Ach, ja. Ja, meine lieben Freunde. Auch Motorradfahren kann langweilig sein. Aber es gehört zu Daisy. Ich gehörte einfach dazu, dass es nicht mal langweilig ist. 16 fahren wir jetzt gerade. Ich darf noch kurz stehen. Und jetzt gib mal Gas. Das heißt, wirklich ein bisschen langsam kann er sein. Das wirkt nur so. Ist halt gemütlich auch. So, jetzt kannst du wieder stehenbleiben. Ja. Hallo? Hey, ich hau dich gleich da runter. Was? Bleibst du mal stehen? Okay. Ich hau dich gleich noch da runter. Wuschen bin ich noch, dass ich dich da erwische. Oh, Mann. Vielleicht holst du mich vor mir weg. Jetzt hat es mich gerade aus dem Spiel geworfen. Ich bin wieder da. Ich musste mal ganz kurz eine Sekunde die Aufnahme drunter leiten. Also, wir fahren gerade ins Nichts. Aber es sieht halt einfach cooler aus, als zu laufen. Ja. So cool sieht das Teil auch nicht aus, eh. Ich würde sagen, äh, ja. Wenn ich das Ding so angucke, ist es selbst, äh, ja, eigentlich alles kaputt. Drückt uns doch jetzt mal bitte die Daumen, liebe Zuschauer, dass wir jetzt mal Reifen, Scrap Metal, Engineer Parts und so finden. Äh, Daumen drücken bringt aber nicht viel. Ah, nur beim Live-Stream würde das was bringen. Doch. Viele Zuschauer denken sich jetzt gerade, die brauchen den Daumen-Druck. Und drücken den jetzt auch. Okay. Los Leute, macht mal Fotos davon und schickt uns... Ey, ähm, mhm. Los Leute, macht ein Foto davon, wie ihr uns die Daumen drückt und schickt sie uns. Genau. Schickt ein Video... Macht ein YouTube-Video, wie ihr uns gerade die Daumen drückt. Genau, das wäre toll. Okay. Das war gerade ein Schwein. Da vorne ist es immer noch. Lass jagen und töten. Haben Sie von uns zugelaufen, ne? Bleib mal stehen. So, du hast das Hand hier, Nive. Oh, Mann. Oh, der kann wieder fahren. Ja, ich kann wieder fahren. Vielen Dank.